Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, wirklich Leute, für den ganzen Support der letzten Tage und von Anfang an vielen Dank, wir werden uns da bald auf jeden Fall dankbar zeigen, wir haben schon was vorbereitet, es wird eine riesige Verlosung geben, mit tollen Preisen, ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, ihr schaltet auch weiterhin ein, Clash of Dance macht riesig viel Spaß, Matthias und mir auch, Matthias wird demnächst auch noch ein paar Videos natürlich machen zu seinem neuen Clan, den er dann gründet. Fantastisch. Einfach ist, ja, das ist ein Angriff von Einfach Willi, so heißt es übrigens auch bei YouTube, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja mal gerne bei ihm vorbeischauen, würde ihn bestimmt freuen, den Einfach Willi, mit oder ohne Leerzeichen weiß ich jetzt nicht genau, aber das werdet ihr dann wohl schon herausfinden. Also, zum Angriff, wie gesagt, die typischen Bases, die wir da finden in Silberliga, es ist unglaublich, Leute, kommt runter, kommt nicht runter, nehmt euch den Loot weg, nein, Spaß, kommt runter, holt euch den Loot oder bleibt oben, entweder finde ich inaktive Bases oder ich finde einfach mega WTF Bases oder ich finde wirklich richtig gute Bases, wo ich halt nicht an den Loot rankomme, aber es ist einfach, weiß ich auch nicht, es ist irgendwie so ein anderes Spielgefühl, einfach hat sich so entwickelt, ich weiß nicht genau warum. Das ist echt richtig, richtig krass und wir sehen das ja auch, was RC sich mitnimmt, damit kann ich leider nicht dienen, aber mein Loot, den ich jetzt so hatte zuletzt, ist auch okay, da lohnt sich dann auch wirklich schon mal ein Boosten, aber ich hab echt vorher immer gedacht, soll ich jetzt Boosten lohnt sich ja eh nicht, aber guckt euch das mal an, was er jetzt schon wieder Gold hat. 300.000, 325.000, fast 300.000 Gold, äh, fast, fast, naja, 300.000 Gold, fast 300.000 Elixier, richtig geil, richtig, richtig, richtig geil, das macht euch die Luft, der wäre noch kaputt und es ist einfach, es ist krank, es ist krank, was hier abgeht, auch richtig, richtig krass. Jetzt holt er sich noch, ja, jetzt holt er sich noch ein bisschen Dunkles und dann war es doch im Grunde ein richtig guter Angriff, das ist nicht so der Ultra, Ultra, Ultra Loot, aber du findest das hier wirklich oft. Und ich hab ja auch noch was vorbereitet, meine kleinen Freunde, ah, Magier, genau. Kira-Line bekommt noch seine Magier, äh, jetzt hat er noch drei Plätze übrig, da geb ich ihm doch mal lieber das. Hab ich denn schon, ah genau, ich brauch ja noch, ich brauch noch zwei Mauerbrecher, Level 6, ein Bogey, 6 plus. So, na, wir gucken, wir gucken einfach mal. Angriffs-Log, so. Angriff, den ich euch als erstes zeigen will, ist eigentlich dieser hier, von mir auf Big Jack von Skillers 2. Ich muss sagen, es ist einfach so lustig, es ist einfach so lustig, Clash macht so viel Spaß, ohne Scheiß. Du siehst so eine Base und du denkst dir einfach nur, what the fuck ist hier los? Alter, wie der die gerusht hat. Der ist ja noch fast so schlimm wie mein Trollerkorn, fast so schlimm, nein, nicht ganz so schlimm. Und deswegen hab ich auch in diesem, bei diesem Mal einfach nur, ich hab einfach nur, ich hätte eigentlich, ich, 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 Trottel hätte einfach gar nichts setzen sollen, weil es, es geht mir ja nicht um die Pokale. Ich hab jetzt einfach nur so viel gesetzt, um 15, um 50% zu kriegen. Oh mein Gott. Alter Schwede. Richtig, richtig übel. Richtig, richtig übel auf jeden Fall. Und ja, was, 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 was will man dazu sagen? Was will man dazu sagen? Das war so Typ 1 Base, die ich mal finde. Also die richtigen, richtigen, richtigen what the fuck Basis und die nehm ich auch mit. Ich kann es, ich kann es einfach nicht, äh, ich, 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 ich kann es mir einfach nicht nehmen lassen. So. Base 2. Von mir auf, wie hieß er noch gleich? Er hieß, bapp, 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 007 oder 007 Geforce. Fast Fuzzy. Und er ist auch ganz lustig. Ich hab mir gedacht, komm, vielleicht kriegst du ja hier mit wenig Aufwand den Loot. Plus natürlich die 834 dunkles Elixier. Du farmst ja auch richtig viel dunkles. Es ist unglaublich, du farmst ja auch richtig viel dunkles Elixier. Was du gar nicht so denkst, ne, bei solchen Bases. Ach, hätte er doch mal die Minen und Sammler ein bisschen höher gehabt. Dann wäre noch ein bisschen mehr Loot für mich bei rumgekommen. Auch wieder viel zu viele Truppen gesetzt. Richtig, richtig übel. Aber ich find so ne Base, ganz ehrlich, ich find so ne Base hat echt schon wieder Style, ohne Scheiß. Diese Level 1 Mauern, die sehen doch echt süß aus. Wobei ich finde, die Level 2 Mauern haben sie sogar, sehen jetzt sogar nach dem Update, finde ich, sehen die sogar besser aus. Das ist, glaube ich, so der einzige Mauern-Typ, den sie mit dem Update besser gemacht haben, vom Aussehen her. Die anderen Mauern, naja, naja. Vor allem so 4, 5 und 6, finde ich eher, naja, eher semi mit dem Update. Auch die 8er Mauern, die sehen so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen blass aus, finde ich. Aber die anderen Mauern, also die 2er Mauern, die, finde ich, sehen eigentlich jetzt nach dem Update besser aus. So, das ist auch noch ein Gegner, wo man und zu dann auch mal darauf stößt und dann sich denkt, den nimmst du dir doch mal mit. Auch eine Base, die eigentlich nicht gut ist. Und da sind wir jetzt in der Mitte ganz schön, die 8er Mauern, ich finde, naja, sie sahen vorher besser aus, finde ich. Wobei, die 5er Mauern, naja, ich weiß es nicht, bin noch bei den 5er Mauern, bin ich noch unentschlossen. Die 4er Mauern, finde ich, sehen schlechter aus nach dem Update. Die 4er Mauern sehen auf jeden Fall schlechter aus. Und, ja, er hat noch einen Tesla am Rathaus, ist auch nicht schlecht. Und ich habe einfach, ich habe mir in diesem Angriff, habe ich tatsächlich alles gesetzt und es war natürlich mal wieder viel zu viel. Ja, das ist, das ist mal wieder so gewesen. Ich konnte es wieder nicht abschätzen, wie viel muss ich da entsetzen, um da den Maximum Ertrag rauszuholen. Er hat wirklich 4 Lager in der Mitte mit Gold noch. Also 120.000 Gold hat er noch in der Mitte drin, die hole ich mir natürlich dann auch noch, ist klar. Aber, ich bin ja noch nicht Max, ich bin ja auch noch weit weg von Max. Das ist ja auch, ist aber auch schön. Das ist aber auch schön. Alter, diese ganzen Barbaren. Und ich bin auch richtig froh, dass ich noch nicht so ganz so weit bin irgendwie mit dem Spiel. Ich bin zwar schon weit, aber ist noch Luft nach oben. Weil dann bleibt der Spielspaß auch schön erhalten, finde ich. Wenn man immer noch was zu tun hat, man kann immer noch fahren, man kann sich noch ein bisschen verbessern. Und da ist bei mir auf jeden Fall, ihr wisst es, bei mir ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben in allen Belangen. Denn in allen Belangen ist da noch Luft nach oben vorhanden, auf jeden Fall. Und ja, das macht es auch lustig. Ja, ja, das macht es. Das macht es doch auch lustig. So, das ist noch das Rathaus noch da. Hier sind noch die ganzen Truppen an der Seite noch. Die laufen jetzt gleich alle noch zum Rathaus rüber. Alter, leck nicht so, wenn da so viele Batsch-Truppen auf einmal sind. Ja, laufen jetzt dahin und denken sich, oh, ich mache jetzt mal das Rathaus kaputt noch. 292.000 Gold. 200... was waren es? 216.000 plus 428 dunkles. Pokale, wie gesagt, sind wir auch egal. Und wir gucken mal, dass wir jetzt auch noch einen Live-Angriff hinkriegen. Hat denn Kira eigentlich schon im Kleinkrieg angriffen? Äh... Aber der Hund geht auf Max bei dem guten Denys. Und wir schauen mal, ja, wir liegen mal wieder zurück. Es wird wieder schwierig werden. Wird das... Wird das die fünfte Niederlage in Folge? Ich glaube schon. Eins, zwei... äh, wer könnte die 5. Niederlage-Folge werden? Und das ist natürlich, das Lustige ist, dass wir dann, ja, es ist, es ist so ein Spiel, also man sollte da auf jeden Fall auch drüber lachen können, also wir nehmen das jetzt auch nicht so, wir haben ja 8 Siege vorher am Stück gehabt und jetzt haben wir 5 Niederlagen am Stück und ich find's eigentlich ein bisschen lustig, na, was müssen wir machen? Wir haben, einige von uns haben die Helden im Ausbau, beziehungsweise 1, 2 Helden im Ausbau, äh, guck, solche Bases wieder! Solche Bases, unglaublich, mit 400.000 Gold. Ja, ich hab auch meinen König im Ausbau, ich hab einen Stern geholt, so gerade eben, auch wieder so einen, wo du dir eigentlich denkst, könnte ich vielleicht schaffen, er hat aber dann wieder X-Bögen und Infernus, das ist auch wieder blöd, und gegen Barge, selbst wenn sie auf, sie waren ja glaube ich auf Single gestellt, gegen Barge ist auf Single natürlich noch erträglich, da sind die X-Bögen, finde ich, fast schon schlimmer, ja, sowas zum Beispiel. Sowas zum Beispiel geht doch eigentlich schon eher, wir gucken mal eben nach, aber ich weiß nicht genau, wie viel er jetzt tatsächlich dann effektiv in seinen Minen drin hat, das kannst du so schlecht abschätzen, ne, das ist, der Korb ist ein bisschen voll. Ja, komm, wir nehmen es einfach mal mit, wir nehmen es einfach mal mit, damit wir jetzt noch einen Angriff haben hier. Lass mal eben die Königin hier kaputt gehen, die geht natürlich sehr, sehr schnell down, die geht ultra schnell down gegen die, gegen meine Badestruppe, jetzt nehmen wir das mal alles mit, und gucken mal einfach. Ja, doch, es geht noch. Sollte doch einiges drin sein, ich versuche es jetzt mal ein bisschen schneller zu setzen, auch wenn ich bei Blue Stacks natürlich mal wieder am Zocken bin, und gehe jetzt wirklich mal nur auf die Minen und Sammler drauf und lasse mir den Rest, lasse ich mir jetzt einfach mal, das ist mir dann scheißegal, ob wir den Rest noch mitnehmen oder nicht. So, ist irgendwo eine Bombe da? Nö, ist nicht. Ah, das Rathaus, sie gehen jetzt natürlich auf das Rathaus drauf, was eigentlich nicht so der Plan war, ich will natürlich eher, dass sie jetzt auf die Minen und Sammler gehen. Ah, wir gucken mal einfach, was da effektiv bei rumkommt, ob da überhaupt effektiv was bei rumkommt, ja, ein bisschen haben wir ja schon geholt. Ein bisschen haben wir ja schon, ein bisschen Dunkles ist noch da, da komme ich allerdings, glaube ich, nicht so gut dran. Ah, da müssen wir gucken, ich habe halt, wie gesagt, auch kaum Truppen gesetzt bisher an zwei Minuten. Da setzen wir noch was hin und schauen dann einfach mal, was dabei rumkommt jetzt hier bei unserem kleinen Angriff. Ah, da ist auch noch was drin. So, den König nehme ich natürlich auch mal eben noch mit, der stört mich. Ah, es ist mittelmäßiger Loot, aber wir müssen überlegen, ich habe noch 46 übrig, 46 Truppen. Müssen wir mal schauen. Ah, der König wehrt sich noch Der König denkt sich, so leicht geb ich mich hier nicht geschlagen Ist aber jetzt doch down Jetzt gehen wir da noch drauf Jetzt holen wir jetzt noch ein bisschen Gold Ja, ein bisschen ist noch übrig Jetzt könnte ich eigentlich noch Ah, dann muss ich überlegen, ob ich noch weiter reingehen soll In die Base, aber das bringt im Grunde ja auch nichts mehr, glaube ich Äh, hat der noch irgendwo was in einem Bohrer drin, der mich interessieren könnte Haben wir überhaupt schon ein dunkles Gold von ihm? Ist auch so eine gute Frage Haben wir überhaupt schon dunkles Gold? Ich lasse es mal eben aus Rathaus kaputt gehen Mal schauen, mal schauen Ich könnte mit der Königin noch ein bisschen aufräumen, aber das ist mir auch zu blöd Da habe ich nämlich noch so viele Truppen übrig jetzt gleich Los, Kollege, mach das Rathaus kaputt Ach komm, ich könnte meine Königin auch einfach benutzen Kaputt und wir schauen mal einfach nach Ist okay, ne, ist okay Für die paar Truppen, 113.000 wieder Für die paar Bartsch-Truppen Ich habe so viele Barbaren gerade benutzt Aber auch nur einige von den Bogenschützen, es ist okay, es läppert sich War jetzt auch für die Aufnahme so der erstbeste Im Grunde, den ich genommen habe Aber dafür Klantruppen nicht benutzt Ich meine, ich habe eh den Golem für den Klankrieg da drin Kann ich eh nicht benutzen Aber es ist doch okay, Leute Es ist doch mehr als okay Ich habe immer noch zwei Arbeiter frei Das riecht mich so ein bisschen auf Weil ich gerne noch ein paar Sachen machen würde Eigentlich, die ich jetzt natürlich nicht machen kann Weil Küre in der Labor dauert noch sechs Tage Das ist okay Die soll sich ruhig ihre Zeit nehmen Ähm, der Minenwerfer geht auf Level 8 Ja, nicht schlecht Ähm, den habe ich schon hier auf Level 8 Ansonsten Könnte ich dann eigentlich bald mal anfangen Noch die weiteren Türme zu machen Einen habe ich hier Einen habe ich auf 12 Äh, Luftabwehr könnte ich auch noch machen Wie gesagt, Leute, ihr seht Es ist noch genug zu tun Äh, wie viel habe ich denn gerade das Dunkle mitgenommen? Gar nichts Na, auch nicht schlecht Gentum Quentum war das Na gut, ja Das war auf jeden Fall das Ähm, ich sage Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen Wirklich, Leute, für den ganzen Support der letzten Tage Und von Anfang an vielen Dank Wir werden uns da bald auf jeden Fall Äh, dankbar zeigen Wir haben schon was vorbereitet Es wird eine riesige Verlosung geben Äh, mit tollen Preisen Ich hoffe, ihr freut euch Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch weiterhin ein Ähm, Clash of Dance macht riesig viel Spaß Matthias und mir auch Matthias wird demnächst auch noch ein paar Videos natürlich machen Zu seinem neuen Clan, den er dann gründet Ich würde aber auch gerne mal ein paar neue Spiele testen Würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal reinschalten würdet Und ja, da sage ich Danke, macht's gut Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Abonniert nicht vergessen Und schreibt mir mal rein Ob's bei euch auch so ist in Silber Äh, in Silber Oder ob ihr nicht in Silber seid Wo ihr gerade rumfarmt Und wie der Loot da so ist Macht's gut Tschüss